Hey Leute, wenn einer spricht, sind alle anderen ruhig, weil ihr blökt hier durcheinander, ich habe so eine Birne. Wenn ihr euch unterhalten wollt, dann unterhalten euch entweder in dem Raum oder in dem Raum, aber hier seid ihr einfach ruhig, ja? Ich bin das schon gebraucht, das ist immer so.